Dies ist ein alkoholisches Getränk, das aus vergorenem Getreide destilliert wird, und zwar zwei- oder dreimal. Für Whisky aus Amerika muss der hierbei gewonnene Alkohol danach mindestens zwei Jahre in einem Holzfass reifen. Alle anderen Whiskys lagern für mindestens drei Jahre. Whisky wird unterschiedlich geschrieben, je nachdem, ob amerikanischer oder englischer gemeint ist. In Irland und in den USA wird er überwiegend Whisky mit E-Y am Schluss geschrieben, in England nur mit einem Y am Schluss. Whisky. Es ist der Whisky.